Oh so, so YouTube, hallo, herzlich willkommen zu Captain of Industry. Wir sind noch mittendrin und ja, es geht Schlag auf Schlag. Wir können einsammeln, Elektronik und Konstruktionsteile, weil wir die Wartung fertig haben. Wir haben hier das Wartungsding und der kriegt diese mechanischen Teile und Wartungsteile und erzeugt damit Wartung, okay? Wartung ist also auch eine Ressource. Und wir haben hier ein neues Ding, Bevölkerung und Einigkeit. Okay, die Bevölkerung ist eine der wichtigsten Säulen ihrer Wirtschaft. Sie müssen ihre Bevölkerung versorgen, indem sie Wohnraum, Lebensmittel und andere Dienste zur Verfügung stellen. Im Gegenzug werden sie für sie arbeiten. Die Menschen leben auf Siedlungen. Eine Siedlung kann aus einer oder mehreren Wohneinheiten und Dienstgebäuden bestehen. Sie können mehrere Siedlungen besitzen, allerdings benötigen jede einzelne von ihnen ihre eigene Versorgung. Okay, wenn es mehr Menschen als Wohnkapazität gibt, werden einige obdachlos. Obdachlose Menschen sind sehr unglücklich und werden nicht für sie arbeiten. Ich hoffe, wir haben keine Obdachlosen. 30 Arbeiter, 140 können bei uns wohnen. Okay, die Bevölkerung wird über die Zeit natürlich steigen, wenn die Menschen gesund sind und Wohnraum haben, vorne ist. Sie können die Wachstumsrate beeinflussen, indem sie Kapitänsbüro-Verordnungen einsetzen. Okay, wir haben nur kein Kapitänsbüro. Einigkeit ist eine virtuelle Ressource, welche generiert wird, wenn die Menschen gesund sind. Aktuell sind sie das und glücklich sind. Aktuell sind sie das. Je mehr Dienstleistung und Komfort sie bieten, desto mehr werden sie sich vereinigt fühlen und generieren im Gegenzug mehr Einigkeit. Einigkeit kann für spezielle Aufgaben wie Forschung, Handel, Arbeit in den Fernminen oder in Fahrzeugrücksetzungen ausgegeben werden. Aktionen, welche Einigkeit erfordern, sind üblicherweise in lila gekennzeichnet. Einigkeit kann im Notfall extrem hilfreich sein. Zum Beispiel erlauben Aktionen mit Einigkeit das sofortige Liefern von Produkten für Konstruktionen oder die Leistungssteigerung von bestimmten Maschinen. Es ist empfohlen, immer etwas Einigkeit zu behalten, um etwas zu haben, wenn es am dringendsten benötigt wird. Okay. Eine Übersicht über den Gewinnverlust an Einigkeit kann Bevölkerungsübersichtsverletzter eingesehen werden. Die maximale Menge an Einigkeit, die gesammelt werden kann, hängt von der Anzahl der Qualität der Unterkünfte ab. Der wiederkehrende Einigkeitsgewinnverlust wird auf die monatliche Basis berechnet. Rechnen. Okay. Das heißt, noch eine virtuelle Ressource und die Forschung steht gerade still. Dann würde ich auf Fahrzeuge und Bergbau rübergehen. Fahrzeuge und Bergbau, genau. Kaufen Sie Ziege gegen Eisen von Dorf auf der Weltkarte. Was sollen wir kaufen? Wo sind meine Hinweise? Ziege gegen Eisen. Okay. Leihbare Produkte spenden Ziege gegen Eisen. Ich habe Eisen gegen Ziegel, aber nicht Ziege gegen Eisen. Kaufen Sie Ziege gegen Eisen. Aber das ist nicht gut formuliert. Kaufen Sie Ziege mit Eisen. Wäre ja richtig. Nicht gegen, nicht? Das ist das implizit falsche Ding. Okay. Wir wollen handeln. Das kostet uns Einigkeit. Oh no. Jetzt muss ich meine Einigkeit einsetzen, weil wir handeln wollen. Was? Warum? Aber okay. Machen wir. Und damit kriegen wir Ziegel und Konstruktionsteile. Okay, wir müssen Leuchtfeuer und Fahrzeuge im Bergbau erforschen. Dann müssen wir erst mal warten. Also, ich glaube, wir haben keine Bäume mehr freigegeben. Ähm, die Bäume hier nerven mich massiv. Deswegen können die als nächstes weichen. Okay. 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 Man kann nur so bauen. Aber warum kann ich das nicht bauen? Was fehlt mir da? Konstruktionsteile. Äh, 321. 80 kostet das. Etwas ist im Weg. Da sind immer noch Bäume im Weg. Man, dann reißt die hier bitte auch weg. So. Dann können wir das später erweitern. Ich meine, der kann ja eh erst mal Holz produzieren. Wahrscheinlich ballert der eh alles an Holz weg, was wir reinkriegen. Weg damit. Genau. Äste ab. Zack, 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 zack. Und schön auf den LKW damit. So ein Ding ist das. Okay. Okay. Platten sind fast voll. Naja, jetzt kommt ein bisschen Holz rein. Sehr gut. Ja, warm ist Kohle, ist kein Stück gut. Und wir haben eine Forschung fertig. Wir lesen über Fahrzeugerreichbarkeit. Sollte ihr Fahrzeug Probleme haben, dessen Ziel zu erreichen, weil es keinen geeigneten Weg ging, können sie dies untersuchen, indem sie die Navigationsanzeige einblenden. Jeder Fahrzeugtyp hat seine eigene Anzeige. Lasswagen, die Konstruktionsteile liefern, haben eine gewisse Entfernungstoleranz. Fahrzeuge, die hingegen reguläre Aufgaben erfüllen, müssen in der Nähe ihres Ziels navigieren können. Lasswagen können unter allen Förderbären oder Rohren hindurchfahren, die eine Höhe von zwei oder höher besitzen. Allerdings können größere Fahrzeuge wie Bagger nicht unter ihnen hindurchfahren. Um größere Fahrzeuge passieren zu lassen, müssen sie eine Fahrzeugkrampe klein bauen. Okay, manchmal kann es vorkommen, dass Fahrzeuge stecken bleiben. Sie können ein Fahrzeug immer zurücksetzen, indem sie Aktionen zurücksetzen nutzen. Um solche Situationen zu vermeiden, sollten sie breite Rampen und Stützwände beim Bauen nutzen, um zu vermeiden, dass das Gelände einstürzt. Bitte was? Okay. Manchmal können Lastwagen wichtige Gebäude durch Hindernisse wie Gelände oder andere Gebäude nicht erreichen. Anstatt Teile ihrer Fabrik umzubauen, um den Fahrzeugen zu helfen, können sie den Import oder Export am problematischen Gebäude ausschalten. Dies verändert, dass die Fahrzeuge versuchen, das Gebäude zu erreichen. Okay. Bergbau Nochmal, ich habe es gelesen, aber nichts verstanden. Sie können alle Materialien vom Gelände entfernen, indem sie mit ihrem Bagger abbauen. Okay. Während der Verkippungsgebiete über auf der Insel platziert werden können, müssen sie Bergbaugebiete in einem Bergbau-Kontrollturm verwalteten Zone befinden. Okay. Bereich anpassen. Okay. Das heißt, wir brauchen einen Kontrollturm und ich weiß nicht, wo man den hinstellt aktuell. Okay. Lastwagen und Bagger müssen in einem Bergbau-Kontrollturm zugewiesen werden, um dem Bergbau beginnen zu können. Bagger bauen ausgewiesene Gelände ab, während Lastwagen die abgebauten Materialien von Baggern zu Maschinen oder Lagern transportieren. Bergbaugebiete. Um Bergbaugebiete abzubauen, wählen Sie das Bergbau-Gebietswerkzeug M von der unteren Werkzeugleiste aus und klicken Sie auf das Gelände unter Ihrem Bergbau-Fessel legen. Blablabla. Die Gebiete zeigen an, wie das Gelände nach der Übung transformiert sein wird. Ja. Dieses Werkzeug verhält sich genauso wie das Verkippungswerkzeug. Ja, das ist gut. Bergbaugebiete müssen über oder am Gelände starten. Das ist auch klar. Und das ist schon zu hoch. Okay. Rampen. Ressourcenanzeige. Sie können die verfügbaren Ressourcen sehen, indem Sie die Ressourcenanzeige der Ecke unten links in Ihrem Bildschirm umschalten. Okay. Und das sind dann die Höhen. Da hätte ich jetzt zum Beispiel mehr Infos zu erwartet. Jediges Gebietsquadrang kann nur von einem Bagger gleichzeitig abgebaut werden. Okay. So. Bergbaukontrollturm. Wäre auch cool, wenn irgendwie dann angezeigt wird, wo die Sachen sind. So. Warum nicht automatisch einblenden? Merkwürdig. Ähm. Ja, was ist das hier? Das ist Öl. Das hier ist Kohle. Das ist gut und schlecht. Ich weiß nicht. Dann machen wir den hier neben. Dann könnten wir das hier verwalten. Könnte ich hier nämlich langsam runtergehen. Und nach hier. Das erschließen vielleicht. Okay. Oder wir bauen ihn ein bisschen weiter nach vorne. Weiß nicht, ob es gut ist, den Bergbau-Ding ins Bergbau-Gebiet zu setzen. Bereich anpassen. Okay. 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 Kann man unendlich, wie viel Bereich geht. Wir haben keinen Bagger. Das ist schon mal schlecht. Dafür brauchen wir ein Fahrzeug-Depot. Das kommt hier jetzt erst mal neben die Wartung. Okay. Und während das ist. Schüttgutlager. Wie läuft's? Sehr gut. Wir haben in Unity einen Weg gefunden. Das hier einzustellen. Über eine Config-Datei. Nur für den Wert muss ich noch was finden. Das habe ich jetzt nicht geguckt. Ah, das geht. So oft kippe ich nicht. Da kann ich ein bisschen vorsichtiger sein. Aber das hier ist jetzt erträglich. War aber trotzdem. Also, dass sowas nicht standardmäßig vorgesehen ist, ist ein bisschen schade. Aber willkommen zurück, Peeperswelt. Ich setz mal dahin. Ich hab noch keine Ahnung. Ruhig nix spoilern. Ich werde meine eigenen Erfahrungen und Fehler machen. Und reinrennen. Allein die Steuerung ist schon mal eine Herausforderung für mich. Bereich anpassen. Dass es nicht verkippt werden darf. Okay, lassen wir es erst mal bauen. Gebäude. Das haben wir. Das haben wir. Frachtdocks haben wir. Bergbaugebiet. Hier, das hier. Das wollen wir machen. Ähm... I don't know. Äh... F war das. Äh... F. Äh... Q, E. Q, E. Achso, der... Aha, okay. Interessant. Nee. F. Q. Okay. Okay. Spannend. Man kann eine richtige Labyrinthe bauen. Äh... Ich wollte aber hier gerade wären. Warte mal. Warum? Du bist doch jetzt im gerade Modus. Warum geht der... Ah, jetzt. Jetzt ist er gerade. Okay. Mal gucken. Ziehen geht einfacher. Ja. Aber ich klicke lieber am Anfang noch eins hin. Manche Steuerungssachen sind auf jeden Fall ein bisschen clunky noch. Aber gut. Ist bei Work on Resources ja auch nicht anders. Kein Produkt zugewiesen. Äh? Sowas zum Beispiel. Man klickt irgendwo rauf, auf einmal verschwinden Sachen. Achso, weil ich da D... Oh. Der ist automatisch in der Suche. Das zum Beispiel auch so eine Sache. Würde ich gerne ausstellen. Weil ich bin jemand... Ich gehe immer umher damit und suchen. Ich benutze die Suche nie in irgendeinem Spiel. Weil ich weiß immer gar nicht, was ich suchen soll. Wenn ich wüsste, was ich suche, dann würde ich es ja nicht eintippen. Also, dann bräuchte ich es ja nicht suchen. Ich finde Suchen immer sehr merkwürdig. So. Kohle. Okay. Wir erforschen nichts. Wir brauchen Forschung. Und was ich auch ein bisschen merkwürdig finde, dass ich Werkzeuge erforschen muss. Das habe ich so ein bisschen so... Wie, ich muss erst Spielwerkzeuge erforschen. Ich meine, ist ein interessanter Ansatz, aber auch ein bisschen merkwürdig. Aber... Sehr verrückt auf jeden Fall. Leuchtfeuer sollten wir erforschen. So, wir haben das Ding und wir sollen einen kleinen Bagger bauen. Ein kleiner Bagger. Geeignet, um... Gewitter zu erzeugen. Gelände mit einer maximalen Schaufelkapazität von 6 abzubauen. Er ist zu groß, um Förderstrecken hindurchzufahren. Nur zu Rampen. Okay. Und einen Holzerntner baue ich danach auch. Und vielleicht einen zweiten Bagger. Weiß nicht, ob das so gut ist. Aber mal gucken. Fahrzeuge können sich unbeabsichtigt einschließen. Ne. Ist egal. Wer dich herausfinden. Wird passieren. Dann passiert das. Wenn ich damit scheitere, dann scheitere ich. Wenn das das Spiel nicht erklärt, dann renne ich da rein. Und wenn es mit Absicht ist. Wir halten uns einfach an diese Liste und lesen uns die Tutorial-Hinweise durch. Und dann bin ich gespannt, wo es enden wird. Darum geht es ja auch. Guck mal. Du hast die Erfahrung aus Wissen, was du erarbeitet hast. Aber wir wollen natürlich testen, ob auch der Entwickler vorgesehen hat, in sein Tutorial sowas zu erklären. Oder ob du in einer Situation hängen bleibst, die dir das nicht erklärt. Zum Beispiel fand ich die Erklärung hiervon sehr bedürftig. Ich meine, bei Bergbau wurde nochmal ganz genau erklärt, wie man das zuweist. Bla 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 bla. Da hat man dann schon aufgehört zu lesen, weil man das schon dreimal hatte. Und dann kommt das wichtige Neue und dann steht da so, Bessosenanzeige. Ja, aber was bedeuten die Blöcke? Was sind das? Da hätte ich mir zum Beispiel, da hätte ich mir mehr gewünscht dann an der Stelle. Das hier hätte, so wie es da steht, lesen sie unter Verkippen. Super, dann lese ich unter Verkippen weiter. Aber das hier hätte ich jetzt gern gewusst. Und das ist nicht erklärt. Da, da, so eine Sache nicht. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich sage, hä? Da habe ich mich dann mir Fragen gestellt und kriege keine Antworten zu als Spieler. Klar kann man sich vieles erschließen, aber vieles halt auch nicht. Und ich weiß, ich kenne das ja selber bei Worker & Resources nicht, wenn man Fan ist, dann ist es immer schwierig zu sehen, wenn Menschen nicht mit etwas klarkommen oder etwas kritisieren vielleicht. Was vielleicht für jemanden schon inzwischen ganz eindeutig geworden ist. Das ist ja bei Worker & Resources bei mir genauso, wo man sich manchmal denkt, oh, das ist doch so klar. Aber sowas wie eine Linienerstellung ist halt einfach manchmal absolut nicht klar. Das ist nur klar, weil man schon echt ewig spielt, nicht? Aber wenn man mal mit frischem Blick auf sowas guckt, dann sieht man manchmal, dass Dinge vielleicht doch nicht die allerbesten Dinge waren. Und ja, wir haben hier ein paar Fahrzeuge. Ey, aber apropos Fahrzeuge, die können wir jetzt zuweisen. Ha, zwei Bagger sogar. Ja. Okay, ich bin, ich weiß eh nicht, wie die Sachen funktionieren, nicht? Ich weiß nicht, brauche ich das Ding? Ähm, brauche ich das Ding? Ich mache einfach hier, bauen sie neue Kleinlaster und dann werde ich mal sehen, wo es mich halt hinführt am Ende. Okay, zwei neue Kleinlaster. Und wir sollen noch einen Bergbatton in der Nähe von Eisenerz bauen. Okay, den habe ich jetzt übersehen. Ähm, wo, zum Beispiel auch das hier. Ich baue einen Bergbau-Kontroll-Turm und muss jetzt manuell noch die Layer für Sachen einblenden. Aber brauche ich einen Bergbau-Kontroll-Turm irgendwo anders? Also wahrscheinlich ja. Aber ich hätte doch immer automatisch die Ressourcenanzeige an. Oder macht das keinen Sinn später? Für mich erst mal verwunderlich gewesen, warum das nicht eingeblendet wird. So, und das ist Eisen. Ähm. Ja, äh, da? Probieren wir es mal. Tutorial ist ganz okay, ich habe das auch so gelernt. Learning by doing. Mein Mastermind aus dem Chat hat über 1000 Spielstunden. Kam erst nach einigen Wochen dazu. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Wenn man den Anfang, den Harten auf jeden Fall einmal selber mitnimmt, dann können ja auch lustige Momente entstehen. Zum Beispiel auch hier mit dem Bereich. So. Hat das irgendeine Relevanz, warum ich das so groß oder klein machen kann? Warum brauche ich einen Bereich? Wie kann ich den anweisen? Nicht, das sind alles dann irgendwann Erfahrungswerte. Ähm. Und das Gute aber ist ja, wir haben ja zwei Bagger. Den können wir ja sogar sagen. Ein Bagger weg. Ein Bagger hin. Hat keine Bergbaugebiete. Ja, okay. Warte, warte, warte. Das kriegst du doch noch. Oder auch hier. Am Anfang, ich habe nicht gescheckt, dass das hier unter dem Boden war. Beim ersten Schritt gut, nicht? Ah, Mann. Okay. Warte. F ist das. Außerdem muss man ja auch erstmal mit dem Tooling klarkommen und sowas. Okay. Nee, jetzt geht er wieder hoch. Ich drücke R und nicht F. Jetzt. Okay. Meine fetten Finger wieder. Okay. Ich sehe. Hier aber echt schwierig manchmal, in welche Richtung irgendwas geht. Okay. Lassen wir es erstmal so. Und gucken, was bei rauskommt. Äh. Leuchtfeuer. Schüttgutlager. Äh. Eingang. Okay. Okay, wir haben einen Bergbaukontrollturm nahe einer Eisenerzlagerstätte, einem kleinen Bagger zu und zwei Fahrzeuge. Haben wir gemacht. Und weisen sie ein Bergbaugebiet aus. Haben wir auch gemacht. Warum wird das nicht erfüllt? Ich habe einen Bergbaukontrollturm nahe einer Eisenerzlagerstätte, wählen sie einen kleiner Bagger. Und du sollst nur Eisen lagern. Okay. Okay. Und nun? Okay. Du hast keine Bäume zum Fällen. Das ist blöd. Müsste eigentlich stimmen. Ja, nicht? Also wir haben ein Bergbaugebiet. Er arbeitet ja. Also das wird richtig sein. Das ist kein Verkippungsgebiet. Oh. Hier ist der Bergbaukontrollturm. Muss der in dem Bereich sein? Ist der Bereich zu groß? Okay, machen wir mal so. Bauen sie einen Bergbaukontrollturm nahe einer Eisenerzlagerstätte. Eisenerzlagerstätte. Ich hoffe, ist nahe genug. Okay. Warten wir mal ab. Bilde Leuchtfeuer. Leuchtfeuer. Starkes Licht hilft anderen Flüchtlingen, ihre Insel zu finden und anzuschließen. Mehr Arbeiter zu bekommen. Okay. Haben wir irgendwo einen schönen Ort, wo wir das aufstellen können? Hier. Da wäre es hübsch. Ähm. Ah, hier vorne oder so. Okay. Wir können das auch an ein anderer Ende der Insel setzen. Ja, nicht? Also irgendwas stimmt nicht so genau. Im Holzernta ist kein LKW zugewiesen. Das kann sogar stimmen. Und zwei sollen wir da mal zuweisen, nicht? Okay, das heißt wir... Vielleicht muss ich noch einen Bagger bauen und zuweisen. Ich mache es einfach mal. Vielleicht habe ich auch hier mit vorgegriffen. Oder weil hier nicht zwei LKW drin waren. Vielleicht weil es nicht der erste Turm war. Ja. Kann ich das Gebiet hier kurz hinsetzen? Okay. Ist außerhalb des Wirkungsgebietes. Äh. Hm. Okay. Warten Sie auf die Ankunft der ersten Flüchtlinge. Sehr, sehr gut. Wir haben neue Arbeiter. Unser Leuchtfeuer wurde gebaut. Immerhin das funktioniert. Wir kriegen Kartoffeln und Fahrzeugteile. Die brauchen wir auch dringend, um neue Fahrzeuge herzustellen. Warten auf Materiallieferung. Das ist okay. Und ich baue schon mal noch einen kleinen Laster. In dem Hochofen. Im Hochofen. Das neue Rezept. Geschmolzenes Eisen. Für Roheisen. Und das dafür wegmachen. Okay. Und eigentlich brauche ich den ja gar nicht mehr, nicht? Weil ich habe ja hier Kohle drin. Verarbeiten Sie Eisenerz. Okay. Na dann warten wir mal auf Eisenerzverarbeitung. Erforschen Sie diese Herstellung. Das können wir auch machen. Diese Herstellung. Kupferveredelung. Werkzeuge. Einfache Dieselherstellung. Klingt gut. Erforschen wir. Doch, doch. Da ist Eisenerz zugewiesen. Ich weiß halt. Die fahren das halt gleich alles da hinten hin, nicht? Zu dem. Damit das verarbeiten kann. Oder ist das generell gerade hier ein Problem? Wir können mal eine Sache machen. Das ist ja auch spannend zu sehen. Ich speichere einmal. Überschreiben. Ja, bitte. Und wir laden einfach einmal. Manchmal beheben sich ja Probleme, wenn geladen wird. Hast du nicht mitbekommen? Ja, das habe ich ja ganz schnell gemacht. Ja. Die zweiten Bagger rein. Okay. Die Holzernter sind schnell da. Und das könnte ich doch hier aber pausieren. Das brauche ich ja nicht mehr. Wir haben ja die Kohle von hier. Da hoffe ich zumindest, dass sie das hinkriegen. Dass die Fahrzeuge so ineinander stacken, ist zum Beispiel auch noch schade. Ich würde sagen, wir gehen kurz in die Aufnahmepause. Ich gucke mal an, warum das da nicht fertig wird. Und wir sehen uns gleich wieder.